Wenn du auf der Suche nach der kinderleichten Zubereitung von aromatischen, wohlschmeckenden Kaffeegetränken bist, dann solltest du dir dieses Video auf jeden Fall ansehen. Ob Espresso, Cappuccino oder einfach gutem schwarzem Kaffee. Auf die Zubereitung kommt es eben doch an. Wer bereits schlechten Kaffee aus schlechten Kaffeevollautomaten getrunken hat, weiß wovon ich spreche. Heute stelle ich dir einen der besten Kaffeevollautomaten bis 600 Euro genauer vor. Legen wir gleich mal los. Und zwar geht es heute um den Kaffeevollautomaten DeLonghi Dynamica Ecam 356.57.B. Ein Kaffeevollautomat im Segment bis 600 Euro. Schauen wir uns zuerst einmal die Vorteile im Überblick an. Die DeLonghi Dynamica Ecam 356.57.B hat mehrere Vorteile zu bieten, die auch in einem Test der Stiftung Warentest unter die Lupe genommen worden sind. Sie hat ein selbsterklärendes Touch-Bedienfeld mit LCD-Display. 11 Nutzerprofile sind programmierbar. Eine intelligente Kaffeekannenfunktion. Damit kann man 6 Tassen auf einmal zubereiten. Ein ansprechendes Design und einfach eine gute Optik, wo man sie auch immer aufstellt. Ein großer Milchbehälter, sehr guter Milchschaum mit guter einstellbarer Konsistenz. Auch bei der Stiftung Warentest übrigens im Test mit gut bewertet. Sie hat eine automatische Reinigungsfunktion und zwar für den Kaffeevollautomaten und für das Milchsystem. Sie ist sehr schnell betriebsbereit. Wer meinen Blog kennt, weiß, das kommt so gut wie nie vor. Aber dieser Kaffeevollautomat hat keine mir bekannten Schwächen. Kommen wir zu den Funktionen und Ausstattung dieses Kaffeevollautomaten. Sie hat einen 300 Gramm fassenden Bohnenbehälter. Hier sind Kaffeebohnen und gemahlener Kaffee verwendbar. Sie hat ein sehr leises Keramikkegelmalwerk. 13 Mahlgrade sind einstellbar. Der Wassertank hat ein Fassungsvermögen von guten 1,8 Liter. Sie bietet einen sehr cremigen und feinporigen Milchschaum. Das liegt am DeLonghi Latte Crema Milchschaumsystem. Die Maschine hat einen höhenverstellbaren Kaffeeauslauf. Die Abstellfläche für Tassen wird beheizt. Und mit der Mein Kaffee Funktion von DeLonghi können Benutzerprofile mit individuellen Kaffeegetrecken angelegt und gespeichert werden. Natürlich bietet sie auch eine integrierte Heißwasserfunktion für Tee. Zusätzlicher Energieschub mit der Dopio Funktion ist außerdem möglich. Sie hat eine integrierte und sehr gute Reinigungsfunktion. Die Brühgruppe kann einfach entnommen werden und dann unter Wasser gereinigt werden. Sie hat ein automatisches Entkalkungsprogramm mit an Bord und 5 Kaffeestärken von sehr mild bis sehr kräftig sind bereits voreingestellt. Es können aber auch andere Kaffeestärken angelegt werden. Kommen wir jetzt zu den Kaffeegetränken, die mit der DeLonghi Dynamica ECAM zubereitet werden können. Folgende Getränke lassen sich einfach auf Knopfdruck zubereiten und natürlich anpassen. Kaffee, Espresso, Latte Macchiato, Cappuccino, Doppelter Espresso, Long Café, Ristretto, Lungo, Latte, Flat White und natürlich auch heiße Milch und Heißwasser für Teetrinker. Wer meinen Blog kennt, weiß, dass ich mir für jeden Kaffeevollautomaten die Erfahrungsberichte in den Bewertungen genauer ansehe. Dazu erstmal einige der positiven Bewertungen, die öfters genannt werden. Wir haben die Maschine seit ca. 3 Monaten und sind als Veltrinker und Großfamilie sehr zufrieden. Sehr gut, super, einfache Bedienung, alles was man als Kaffeegenießer braucht, schrägstrich liebt, ist im Programm vorhanden. Kann nur weiterempfehlen. Sehr guter Kaffeevollautomat, der Automat macht seine Getränke alle mit voller Zufriedenheit. Kaffee und Milchschaum sehr gut. Reinigung ist einfach durchzuführen, wir können den Automat voll empfehlen. So oder so ähnlich hören sich fast alle Bewertungen an, die man sich anschaut. Die ganz wenigen negativen Bewertungen sind dabei überwiegend auf Bedienungsfehler und Defekte zurückzuführen, die natürlich bei jeder Maschine vorkommen. Hier symptomatisch eine davon. Aussehen einfach top, leider war mir der Kaffee nur lauwarm. Schade, hab mich darüber gefreut, aber muss es leider zurückschicken. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Kunde, die Kundin die Temperatur des Kaffees versehentlich verstellt hatte und dann nicht mehr zurückgestellt hatte. Denn man kann an diesem Kaffeevollautomaten die Kaffeetemperatur variieren. Kommen wir zu meinem Fazit. Der DeLonghi ECAM 356.57B Kaffeevollautomat überzeugt mit guten und sehr guten Testergebnissen, nicht nur bei Stiftung Warentest. Die Bedienung des Vollautomaten ist durch das gut durchdachte LCD-Display mit den Touchtasten sehr einfach und kinderleicht zu erlernen. Die Kaffeespezialitäten sind sehr aromatisch und auch der Milchschaum kann sich sehen lassen. Das Gerät ist im Mittelpreissegment zu finden. Alles in allem kann ich sagen, dass dieser DeLonghi Vollautomat allen Anforderungen, die ein guter Kaffeevollautomat besitzen sollte, gerecht wird. Wenn du den ganzen Bericht über den Kaffeevollautomat von DeLonghi lesen willst, dann schau gleich auf meinem Blog vorbei. Auf www.deinkaffeevollautomattest.de, habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt, findest du darüber hinaus viele Tipps zur Zubereitung von sehr gutem Kaffee, Kaffeevollautomaten und alles, was mit Kaffee zu tun hat. Schau gleich mal rein und schau dir vor allem mal die günstigen Angebote an, die ich regelmäßig recherchiere und dann bei den entsprechenden Kaffeevollautomaten natürlich verlinke. Danke fürs Zuschauen, ein Daumen nach oben hilft mir sehr und abonnieren nicht vergessen. Bis dann und zum nächsten Video, euer Alex.